Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe diese Popup Karte gebastelt. So sieht die aus. Die ist sehr raffiniert und doch einfach zu machen. Die Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobox. Ja, wenn ihr sehen möchtet, wie ich diese Popup Karte gemacht habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.